Am Wort nun Markus Vogel von der SPÖ. ... auf den Antrag des Team Stronachs beziehen, der eine de facto Abschaffung der Ausgleichszulage vorsieht, welchen wir natürlich ablehnen werden. Argumentation ist, dass Menschen in unserem Land, die aufgrund irgendwelcher Erwerbsbiografien leider nicht in der Lage sind, eine ausreichend hohe Eigenpension zu erreichen, durch das Sozialversicherungssystem eine Ausgleichszulage erhalten. Und das ist für Einzelpersonen 882,78 Euro im Monat, 14 Mal im Jahr. Für Familien 1.323 Euro. Und das wollen Sie abschaffen mit dem Argument sozusagen, da gibt es Menschen, die planen sozusagen darauf hin, dass sie irgendeine Ausgleichszulage bekommen. Die planen, dass sie bei den Kindern zu Hause sind, die planen, dass sie Teilzeit arbeiten, damit sie dann in den Genuss einer solchen Ausgleichszulage kommen. Und natürlich haben Sie recht, das kostet eine Milliarde Euro. Von den 18 Milliarden Euro, die wir für das Pensionsversicherungssystem ausgeben, kostet das eine Milliarde. Aber es kommt zu denjenigen, die es wirklich brauchen. Und die, wie gesagt, das Pech gehabt haben, keine regelmäßigen Gewerbsbiografien zu haben. Und was mich besonders eigentlich schockiert hat im Ausschuss war, dass die Partei, die immer dafür eintritt, 1.200 Euro Mindestpension, bei so einem Antrag kein einziges Wort dazu verliert, wo es darum geht, sozusagen hier die Rechte der Versicherten zu schützen. Kein einziges Wort seitens der FPÖ zu diesem Antrag. Und darum, auch noch einmal zum Unterschied. Das heißt, der Unterschied Team Stronach heißt, statt Versicherungsleistung, Sozialleistung. Unsere Antwort darauf ist, und wir haben es eindrucksvoll bewiesen als Koalition, SPÖ und ÖVP gemeinsam, wir haben die Ausgleichszulage erhöht auf 1.000 Euro für Menschen, die 30 Jahre in Beschäftigung sind. Und wir haben es geschafft, die Anrechnung der Kindererziehungszeiten vernünftig zu gestalten, sodass es von Haus aus hoffentlich gar nicht zu solchen niedrigen Eigeninventionen kommen kann.